Musik So, jetzt geht's ab ins Little Wonders in Bioshock 1, liebe Freunde. Und da ist gleich ne Kamera, na toll. Die gehört aber gleich uns. Hacken. So. Ach ja, das gute alte Hacken, da bin ich nie so der gute Pro drin. Aber es klappt trotzdem. Und auf das Ergebnis kommt's ja an. Ach ne, den hack ich jetzt nicht. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Weil wir ja im Moment eigentlich sowieso nichts, ähm, ausgeben müssen an Kohle. Big Daddy Fer-Pheromon-Probe. So, und da ist mal wieder ein Tagebuch. Und zwar, warum nur Mädchen? Ich weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht vergreifen. Auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Und ich glaube, wo wir jetzt hier gerade sind, ist auch ein, äh, das, das Weißenhaus für Little Sisters, sag ich mal. So schaut das zumindest hier aus. So, hacken. Noch eins weiter, da runter, so, so und fertig. Die Kamera gehört schon mal uns. Der Big Daddy hat leider keine Little Sister dabei, das heißt, den müssen wir nicht umbringen. Wie viele brauchen wir überhaupt noch? Wir haben eine gerettet von drei, das heißt noch zwei weitere. Panzerknacker 2. Verringert massiv den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Saves und Komboschlössern. Machen wir. Und Big Daddy Pheromonprobe. Bitte, Papa, sollt schauen. Ich will nicht aufgehen. Wir machen aus dir noch einen richtigen Big Daddy, was? Fällt nur noch der Anzug. Den findest du bei Felsafe Armored Escorts. Okay, ich habe jetzt hier kurz mal die Karte aufgemacht, damit das Tagebuch vorbeigeht, denn ich habe hier gerade eine Halluzination und die schauen wir uns jetzt an. Bitte. Okay, keine Ahnung, wo die sein sollte. Die ging jetzt auch nur noch ganz kurz, aber naja, egal. So, der hat jetzt die Kamera gefunden. So, die Tür ist im Arsch. Hier können wir noch rein, Mann, 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 was sucht denn ein Doktor in dem Zimmer von einer Little Sister? Ich glaube, das war ein Pädophiler, der mal etwas von einem kleinen Kind wollte. Könnte ich mir vorstellen. Bei dem. So wie der aussah. Und was war das? Das Doktorzimmer der Little Sisters, oder was? Hä, was soll das? Keine Ahnung. Bäm, 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 bäm. Ich sehe, ich, äh, ich höre eine Little Sister, keine Ahnung wo, aber ich höre eine. So, jetzt geht es aber erstmal da runter irgendwie. Ach, scheiße, schon wieder so ein Gerätchen. Ein Autohäcker hat mir noch. Ah, verdammt. So, dann jetzt hier so irgendwie runter. Ja, holt mich an, du Arsch! Ach, Moment mal, das sind defekte Sicherheits-Bots. Die könnten wir jetzt erstmal hacken. So, so, so. Und fertig. Und jetzt aktivieren wir sie. Und dann folgt er uns. Das können wir zwar nur mit einem so machen, aber es ist auf jeden Fall eine kleine Hilfe. So, jetzt geht es erstmal da rein. Wow, 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 wow. Das hacken wir natürlich schnell. Noch eins hoch, auf die Seite. So, und so. Das hacken wir natürlich ebenfalls noch. Mann, hier muss man nur noch hacken und hacken und hacken. Also, ich könnte die Sachen ja auch einfach zerstören, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, weil ich meine, die Teile helfen uns auch. Deswegen kann man die schon mal gut gebrauchen. Und da ist ein Tagebuch. Ah, das Tagebuch geht jetzt um die Stiefel. Na toll. Den Safe kann man eigentlich schon fast vergessen, weil der ist so krank zu hacken. Also so schwer. Jetzt bräuchte ich noch ein waagerechtes Teil. Da ist es doch fertig und er ist offen. Mit einem Autohacker wäre das Ganze natürlich viel einfacher, aber jetzt hören wir uns erstmal das Tagebuch an. Verdammt nochmal, die Big Daddy Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Finde Stiefel in der Library. Finde Stiefel in der Library. So und jetzt bräuchte ich noch zwei waagrechte Teile. Die gibt's aber nicht mehr. Na gut. Dann haben wir das verkackt. Dann zerstören wir das Teil einfach. Schleich dich nicht von hinten an. So, hier kann ich auch nichts weiter machen. Schade auch. Ah, Big Daddy Anzug. Hier findest du den Anzug. Der Big Daddy Anzug verleiht dir 25% Widerstand gegenüber allen Schäden. Irgendwas sagt dir, dass du das auch brauchen wirst. Ich brauche ein bisschen Gesetze. So, jetzt haben wir schon mal den Big Daddy Anzug. Das ist gut. Wir schaffen es noch nicht zu einem richtig abstoßenden Monster zu machen. Der Helm und ein paar Stiefel. Und schon sind wir im Geschäft, wie man so schön sagt. Ja, mach mir Mut. Dass du mich zu einem Monster machen willst. Finde ich sehr schön. Ich stehe auf Schmerz. Ich bin ein Masochist. Also gib mir Schmerz. Der Big Daddy Helm. Gut, jetzt fehlen nur noch die Stiefel. Die holen wir uns natürlich auch noch. Verrückte, Verrückte, Verrückte. Gut. Jetzt gehen wir erstmal da runter. Denn ich will ja immer schön alles erkunden. Der Big Atlas ist ein Freund des Parasiten. Seien Sie kein Freund von mir. Ah, das müssen wir erstmal hacken. So geht es natürlich auch. Wow, das war aber jetzt knapp. Das war sogar richtig, richtig scheiße knapp. Und davon brauche ich nichts. Wollen die mich verarschen, oder was? Na wunderbar. Habe ich mich hier schön durchgeheckt und dann brauchen wir davon nichts. Ähm, dahinter, da kommen wir auch noch irgendwie rein. Aber was ist denn das hier? Steht ja aus dem Wasser auf. Ich glaube, ich spinne. So, und dann mal kurz den hier machen. Und rein da. Dieser Hurensohn. Fontaine, dieser Hurensohn, macht einem Angst. Aber Ryan ist dafür ein geiziges Arschloch. Man kann den Schutzanzug nicht wiederverwenden. Mensch, Hauttransplantat und Organe. Alles kommt direkt in den Anzug, sonst funktioniert er nicht. Ryan sagt, Big Daddy sind zu teuer. Ryan kann mich mal. Na 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 na. Ja, Sushong, du bist ein unfreundlicher Kerl. Das geht dir gar nicht. Boah, jetzt bin ich auch noch besoffen, liebe Freunde. Dafür kann ich leider nichts, denn unser Protagonist liebt einfach Alkohol. Äh, das ist jetzt aber nicht sehr viel hier. Gehen, Bank. Und auf der anderen Seite geht's wieder runter. Na toll. Boah, alles plündern. Und was liegt denn da oben? Die Kleinen müssen geschützt werden. Ein Tagebuch. Krieg ist schrecklich. Die Japaner haben jeden Einzelnen in meiner Stadt umgebracht. Außer Sushong. Sushong hatte Opium. Sehr gutes Opium. Dieser Krieg hier ist zwar auch schrecklich, aber nicht für Sushong. Jeder hat Angst. Jeder braucht Adam. Mehr als die Little Sisters produzieren können. Das Gute am Krieg ist, dass es viele Leichen gibt. Sushong weiß nämlich, wie man aus Leichen das... Was kann ich schon für die Kleinen tun? Ich bin beschmutzt durch meine Sünden. Aber du... Vielleicht kannst du ihnen eine Zukunft eröffnen, die ich gar nicht ermessen kann. Eine Kleine ist mit einem Geschenk auf dem Weg zu dir. Sei bitte vorsichtig. Ja, okay. Die Zeit ist mal wieder um. Und... Frank Fontaine, lass mich in Ruhe. Nein, ich habe dich hierher gebracht. Ich habe dir gezeigt, wer du wirklich bist. Alle haben dich immer nur angelogen, bis ich gekommen bin. Na gut, was soll's. Ähm, Frank Fontaine nervt uns mal wieder. Aber wir machen jetzt hier erstmal den Schnitt und suchen dann die Stiefel im nächsten Part. Also bis dann, haut rein. Ich sehe hin. Ich sehe hin. Ich sehe hin.